Haha, Holocaust, Holocaust, Genozid, haha, und damit, hallo, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, von Tino Ranacher und Robin, wir machen hier mal eine Woche, äh, fuck, Alter, eine Minute machen wir eine Sondersendung, hab ich gehört, Weihnachten, wie findest du das? Weihnachten, ganz toll, ich mag Mandarinen, ich mag Kuchen, ich mag alles Geschenke und so. Weihnachten ist aber, nee, ich find Weihnachten ist überbewertet. Aber Schokolade? Ostern ist der Shit, oder? Ostern. Ostern ist langweilig. Ostern ist eigentlich alles scheiße, Silvester ist ganz geil, aber Weihnachten, äh, ich hab ja da mal ein Lied gemacht, ne, die, die jungfräuliche Vagina von, von Maria, die wird ja eigentlich gefeiert, ja, die war auch lecker, auf jeden Fall. Und Geburtstag, magst du auch Geburtstag? Geburtstag finde ich okay, zumindest, ja. Ja. Und Weihnachten ist jetzt bald? Weihnachten ist bald, in wenigen Tagen. Das sollte man vielleicht mal abschaffen, also ich finde, da ist die Islamisierung noch nicht weit genug fortgeschritten. Nee, Coca-Cola, Weihnachtsmann und so, alles rot und... Da sollte man den Hebel nochmal ansetzen. Unbedingt. Okay, wie, was geht man der Woche? Ich würd sagen, dieses Jahr Weihnachten kriegt eine zwei von mir. Na, ich sag minus eins, mindestens. Ja, minus fünf. Äh, ja, okay, äh, das war's, tschüss Leute, auf Wiedersehen, eine Minute.